Ist die Liebe ein Geheimnis? Was bedeutet sie für die Frau? Was bringt sie dem Mann? Kann selbst eine glückliche Partnerschaft noch harmonischer sein? Sie finden die Antworten auf diese Fragen in Harmonie, dem neuen Sammelwerk für ihr Leben zu zweit. Harmonie wird ihr vollständiger Ratgeber, in einfachen und klaren Worten geschrieben, mit ausführlichen Bildfolgen. Harmonie hilft ihnen, ihre Gefühle und ihren Körper noch besser zu verstehen. Harmonie, für ihr Leben zu zweit. Jetzt bei ihrem Zeitschriftenhändler.